Kommen wir nun zum Frontend Framework Bootstrap, Twitter Bootstrap. Es wäre müßig, in alle Details hier reinzugehen. Ich werde auch mal versuchen, mich auf sechs Minuten Videolänge zu begrenzen. Mir geht es hier in dieser kurzen Präsentation, um den Nachweis zu führen, inwieweit Bootstrap, Mobile First und Responsiveness verfolgt. Aber ein paar Basics müssen natürlich sein. Das kann man nachlesen, muss man nicht. Zunächst einmal möchte ich die Attraktivität von Bootstrap herausstellen. Sie sehen auf dieser Expo-Seite einige Website-Auftritte, die alle mit Bootstrap 3 realisiert wurden. Und das ist schon beeindruckend. Wenn Sie danach fragen, ja, gibt es Tutorials? Naja, ich hoffe nicht, dass diese Anzahl stimmt. So kann ich Ihnen nur den Tipp geben, lassen Sie es sein. Bleiben Sie bei der Getting Started Seite von Bootstrap. Sie sind mittlerweile so weit fortgeschritten, dass Sie all diese Ausführungen, die dort stehen, und ich habe sie innerhalb von einer Stunde auch gelesen, verfolgen können und auch umsetzen können. Bootstrap ist ein Baukasten von CSS-Klassen, die Sie bei Bedarf in Ihr Basic Template, HTML-Template, einfügen. Mehr muss man dazu auch gar nicht wissen. Zum Download vielleicht der Hinweis, was einige verwirren könnte, dass man CSS kompilieren kann. CSS kann man auch generalisieren hinsichtlich Fontfarben, Mix-Ins, also Variablen. Das ist ja im klassischen CSS gar nicht vorgesehen. Und mit Less, also einem Tool, was wohl auch von Twitter definiert wurde, lässt sich über alles Teils hinweg globalisiert Eigenschaften definieren. Deswegen sprechen die hier auch von kompiliertem CSS. Meine Empfehlung ist, also für diesen Kurs und für Ihren Auftritt in der Cloud von Cloud Control, das CDN zu verwenden. CDN, Common Distribution Network. Dann müssen Sie einfach nur noch die Ressourcen entsprechend verlinken. Also, zum einen CSS, durch einen Link, da wo es dann vom Browser geladen wird, beim Aufruf der Seite. Und zum anderen, Ja, es sind zwei Varianten, Bootstrap und das Bootstrap-Theme, was wir uns gleich auch nochmal anschauen werden. Und Bootstrap basiert oder nutzt Funktionalität des jQuery JavaScript Frameworks. Und deshalb müssen Sie dieses auch noch einbinden. Das heißt, mit einem Dreizeiler haben Sie die ganzen Bootstrap-Ressourcen inkludiert, ohne dass Sie sich Gedanken machen müssen, wie das Ganze denn letztendlich auf Ihre Zeit kommt. Wenn Sie es dennoch runterladen, werden Sie eine sehr saubere Struktur vorfinden. Und hier nur der eine Hinweis. Es gibt alle Dateien, also die Bootstrap-Stilregeln, im Klartext, schön formatiert oder halt kompaktiert für den Produktionsbetrieb. Das heißt, hier sind alle Leerzeilen, überflüssige Leerzeichen, Tabs und Kommentare entfernt worden. Ja, minifiziert. Und ja, diese beiden Versionen gibt es jeweils für die Ressourcen. Das gilt für JavaScript, wie auch für die CSS-Dateien. Die Fonts, eine Besonderheit, die ganzen Grafiken, die Glyphikons, die wir vielleicht auch nochmal sehen, sind als Zeichen, als Schriftzeichen verfügbar, frei verfügbar. wunderbare Glyphikons, die wir uns demnächst nochmal anschauen. Kommen wir zum Basic-Template. Und das sollten Sie auch verwenden, auch wenn im Kapitel 2 der Download, glaube ich, des alten Zweier-Bootstrap-Templates verwendet wurde. Wir wollen ja jetzt Mobile-First und Responsive verfahren. Und ich zeige Ihnen an dem Template, dass der Mobile-First-Ansatz hier vertreten ist. Wir haben im Prinzip den Document-Type HTML5, der ja so ausgewiesen wird. Und wir haben das erste Meta-Tag hier. Dieses Meta-Tag stammt ursprünglich von Apple, als sie iPhone herausbrachten, haben sie sich diese Gedanken gemacht und über die WebKit-Community eingebracht. Und mittlerweile ist es Standard. Die Ansichtsgröße des Displays des Endgerätes, in diesem Fall des mobilen Endgerätes, kann abgefragt werden. Indem der Content, das Attributname und hier spezifisch die Weite des Geräts abgefragt wird. Initial Scale, also dass das auf 100% skaliert und man könnte auch noch einen User Scalable gleich No oder Yes draufsetzen. Das heißt, ob sie mit ihren gespreizten Fingern die Skalierung auf ihrem Touchable Smartphone ändern können oder nicht. Eine Überlegung wäre zum Beispiel bei Asnova das endlich mal freizuschalten, damit sie bei schlechter Wahrnehmung von acht oder neun Antwortoptionen da hinein skalieren können. Gut, wir haben dann noch diverse andere Einfügungen hier für Alt, für Veteranen, hier für den IE8. So was nennt man ja Graceful Degradation. Das heißt, auch für diese, die HTML5 Elemente und Media Queries nicht verstehen, was man ja braucht, Media Queries, HTML5 CSS3 für Responsive Web Design, kann man das Ganze auch mit Helferlein JavaScript mit Polyfill oder wie sie hier heißen Respond.js beziehungsweise da gibt es noch ein HTML5 .js wieder gut machen. Sodass auch ein IE8 Benutzer, warum es auch die auch immer noch gibt, damit klarkommt. Jo, das war es schon und schauen wir uns noch mal die Beispiele an. Examples und hier wäre mein Vorschlag, dass Sie für die Abschlussprüfung des Kursteils 1 eins dieser Examples herauspicken und damit Ihre Website designen. Sehr schön. Mein Favorit derzeit ist Jumbotron. Das wäre jetzt Ihr Auftritt im Prinzip. Sie könnten dem einen Projektnamen geben. Sie würden auf eine Startseite fallen. Sie müssten unter About, was hier alles nicht realisiert ist, eine Seite einfügen. Die Server von Cloud Control stehen in Europa, in Island. Gut, Sie gehen einfach mal davon aus, dass es in Deutschland stünden und dann müssten Sie der Impressumspflicht nach dem Telemediengesetz genügen. Also hier müssten Sie Farbe bekennen, wer Sie sind, wie Sie postalisch erreichbar sind oder per E-Mail. Das könnte man da reinpacken oder ein Kontaktformular hier drunter setzen oder was immer vonnöten ist. Ja, das ist die Jumbotron. Ja, die passt sich der Breite des Viewports, des Bildschirms an und da ist sehr plakativ der Titel ausgezeichnet und dann so ein Paragraph und wo man da hingehen könnte. Ja, und ja, das wäre eine Möglichkeit, ja, Eindruck zu schinden, First Impression, so so ein Banner da oben zu haben und sagen, okay, das ist die Website über den MOOC Web Engineering 1. Es sollte eine Werbeseite sein. Also, wie immer Sie verfahren, ist Ihnen überlassen, aber schauen Sie sich unbedingt alle Beispiele einmal an. Es lohnt sich. Je nachdem, wie viel Sie einbringen wollen, könnte man auch hier mit verfahren. Gut, die Beispiele. Der Default, das Default Theme sähe so aus mit den entsprechenden CSS-Klassen für die Standard HTML-Elemente, Buttons beispielsweise. Thumbnails für kleine Bildchen, Dropdown-Menüs, Navbars, all das ist mit ganz wenigen Snap-its, CSS-Klassen realisierbar. Wenn ich da an meine Entwicklerkarriere denke, wie mühevoll man sich das alles hat herleiten müssen. Und naja, das Ergebnis war eher bescheiden. hier kriegen Sie alles von der Stange fix und fertig nach dem Baukasten Prinzip Lego-Steine und Sie können Ihre Website damit optimieren. Vielleicht ein abschließendes Wort zum Bootstrap-Projekt. Es ist das populärste Projekt bei GitHub und Sie könnten mit einem Einzahler sich auch die aktuellen Ressourcen aus dem Master-Repository herunterladen. Das ist empfehlenswert, klar, damit Sie wir sind sowieso in der ganzen Git-Geschichte drin, weil das die Schnittstelle zur Cloud-Control Einbringung ist. Und es ist das populärste Projekt hier und es ist das populärste Open-Source-Projekt damit schlechthin weil wenn Sie hier sehen nicht die Sterne aber die Leute die hier abgezweigt sind die gesagt haben also darauf aufbauend möchte ich noch ein paar Änderungen einbringen und ich mache das wieder publik das ist fantastisch 21.000 Forks Bootstrap ich werde in den nächsten Tagen oder naja nächsten 14 Tagen Ihnen noch eine Vorgabe machen für die Abschlussarbeit für die praktische Abschlussarbeit wo ich genau nochmal aufliste inwieweit Sie Bootstrap verwenden sollen für die beiden Hausaufgaben aus Kapitel 6 und 7 x ht mal 1.0 strict Tabelle aller Elemente und barrierefreies Suchformular für Wikipedia wie Sie das hier so einbinden können in einen Bootstrap auftritt bis bis dann Untertitelung des ZDF, 2020